Der Starnberger See sah nie sexier aus. Bei diesem Motiv aber auch kein Wunder. Als Model weiß Sarah Brandner sich in Szene zu setzen und verwandelt jedes noch so unscheinbare Setting in einen wahren Augenschmaus. Die 31-Jährige ist nicht nur in der Modesszene erfolgreich, sondern auch als Schauspielerin. Einen Blick hinter die Fassade und in das Privatleben der hübschen Blondine bekommen wir allerdings nur selten. Umso schöner, dass sich Sarah uns auf Instagram jetzt mal wieder von ihrer natürlichen Seite zeigt. Auf diese Aufnahme bekommen wir die sympathische Münchnerin tatsächlich so zu Gesicht, wie Gott sie schuf. Zumindest fast. Lediglich ein knapper Bikini zielt ihren Traumkörper. Die untergehende Sonne betont Sarah Silhouette einmal mehr und setzt ihre Kurven in Szene. Kein Wunder, dass auch die Fans der Designerin bei diesem Anblick ins Schwitzen geraten. Einfach der Hammer, kommentiert ein Fan. Ein anderer kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Das beste und schönste Mädchen meiner Träume. Was soll man dem noch hinzufügen?